SAVE MYSELF Einen verloschenden Tag wie in Schott und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Marvel Knockout Okay, Achtelfinale, Start, aktiviere deine Superkräfte Kampfspot, Lakey Lake, Lazy Lake Okay, wir haben Wolverine Skrallen und ich muss sagen, die gefallen mir am besten von den Fähigkeiten Deshalb, let's go, machen wir die anderen Rollenloser fertig So, wo sind sie denn? Ach, da unten So, zack, 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 zack Jo, ja, du willst auch was, ne? Ach du Scheiße Sieben Treffer-Kombo, boah, bin ich krass, aber ich muss Hat sich einfach grad mein Teammate mitten im Kampf verdrückt? Zack 90 Schaden Und tot Na komm doch, na komm doch Okay Na gut, wenn du's so willst Zack Mach ich halt alles kaputt, ne? Okay, 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 okay Chill Ähm Hallo Wo bist du? So Hallo Guten Morgen Oh, Jungs, Alter Also für Leute, die Epilepsie haben Die sollten den Modus hier Wahrscheinlich eher nicht so Spielen Ach komm Die kann ja nicht sein Bitte schön Achso, ja So willst du das also, ne? Okay, können wir machen Hey, was willst du dich jetzt hier so drücken, also? Das find ich jetzt schwach Komm her Ich will spielen Ja, dafür drücken sie sich gleich Also das find ich jetzt eine schwache Leistung Doom braucht keine Hilfe Oh, ha, auch nicht Hä? Ich seh nichts, ich seh nichts Also ich seh echt manchmal bei diesem Modus hier nicht durch Vor allen Dingen ist das Game wahrscheinlich lauter, als Ich selber in mein Mikrofon sprechen kann So Ähm Wo seid ihr? Da Junge Was hat der für Fähigkeiten, der eine? Ne, 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 ne Jetzt wollen wir mal nicht abhauen Also das find ich ja Ne schwache Leistung Vor allen Dingen Habe ich eigentlich nur Holz Als Baumaterial Das Schon ziemlich komisch Muss ich sagen Aber na gut Ich krieg die auch so fertig So, oh Junge Das ist gefühlt Gott Ja, komm Ja, ziemlich blöd, ne? Zack Komm Ich mach dich fertig Och Wie süß Hat er auch die Krallen Wie süß Da könnte ich hier schon wieder ausrasten Wie hat der mich jetzt getötet? Guck mal, Wichser, ey So Nein Wieso kann er die ganze Zeit in die Luft fliegen? Ey, das regt mich so auf Nein Du baust jetzt mal nicht alles ab Was ich baue Und hier Du kriegst auch noch eine auf die Presse Ich konnte mein Teil nicht werfen Aber das ist mir auch eigentlich recht egal Weil wir haben Das Achtelfinale mit einem Sieg verpasst Jetzt geht es in das Viertelfinale Unser jetziger Sport Catty Corner Ja, ich weiß Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare Ob ihr Serien von Marvel oder DC schaut Weil ich bin da nirgendwo überhaupt In diesem Flair drin Ich Okay So, zack Hä? Was hab ich jetzt für Teile? Hä? Oh nein, tschüss Hä? Was hab ich für Fähigkeiten? Versteh ich nicht Okay Welcher Superheld bin ich gerade? Also diese Manche Superheld kenne ich sogar Aber eben nicht alle Da frage ich mich Ich glaube ich bin gerade Groot Von den Superkräften her Aber ich hab halt keine Ahnung Hallo, guckt mal Ich hab hier Äh Nen Kaugummi für euch Hab ne Blase gemacht Der Spieß, weißt du? Ja Guck mal hier Hab ich Bitteschön Und tschüss Und Vorfall Yo Ich fliege ohne Wort Yo Wie weit wurde ich denn zurückgeschlagen? Fett Irgendwie macht es hier nur Geringfügig Schaden Okay Ja hier Yo Wieso hat der denn jetzt geworfen? Ich hab gar nichts gedrückt Also das ist hier echt noch Das ist mir vorhin schon aufgefallen Als ich den Modus zum ersten Mal getestet hab Das ist hier schon ein bisschen buggy Manchmal passiert hier irgendwas Obwohl ich das überhaupt nicht gedrückt hab Denn am Dorfrand herrscht Krieg Und diese Handschuhe Die finde ich echt kacke Weil da muss man genau treffen Zack Also ich muss sagen Der Modus hat schon ein gewisses etwas Aber ich finde den jetzt nicht so krass Dass ich den den ganzen Tag spielen müsste Das ist richtig gut können Und ich spiele es zum zweiten Mal Und bin einfach RIP Ich bin dann auch mal weg Ja jetzt gehen sie zu zweit Wahrscheinlich auf mich Junge wie hast du mich hier getroffen? Ich weiß nicht Zack Also manchmal kann ich auch nicht schießen Das ist echt komisch Ich verstehe diesen Modus im Allgemeinen nicht Was ist der Ziel von dem? Vor allen Dingen diese ganzen unterschiedlichen Kräfte Wie sie manchmal auch nicht funktionieren Oder nur fehlerhaft Also ganz ausgereift ist der Modus noch nicht an sich Wenn man den kann Macht der sehr wahrscheinlich Spaß Wir sind gerade 50-50 Müssen einfach die anderen töten Glaube ich Ist jetzt so das Ziel So Also das ist echt hier so eine Scheiße Man muss mindestens maximal 5 Meter sein Damit man hier überhaupt Schaden macht Und das ist echt bei diesen Kruten wahrscheinlich Schwierig Nein Junge Nein Man kann hier rein Willst du mich verarschen? Also das ist echt Also diese Ironman Handschuhe Und diese Groot Fähigkeiten Aber ich glaube ich bin nicht mal gut Weil vorhin hatte ich Groot Und da hatte ich ja diesen Ball von Groot Und jetzt hab ich den ja nicht Nice Und wir sind ausgeschieden Naja okay An sich Yo Ich hab den Wie bitte Wie bitte Das kann doch nicht sein Was Wie ging das denn? Sentinel Friedhof ist unser neuer Spot Im Halbfinale Ich hab ihn Eigentlich schon nach dem Match gekillt Und wir haben gewonnen Wie bitter ist das denn für die? Okay Okay was hab ich jetzt? Ich glaub Ne jetzt hab ich Ironman Glaub ich Yo ich hab uns den Arsch gerettet Ach jetzt hast du diese Kack Fähigkeiten Okay Ja zack Zack So bisschen Aimbot ausnutzen Ja ne Machst du jetzt nicht bei mir So erstmal auf einen Hauptsächlich gehen Hä Yo nein 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 Wie der andere mich die ganze Zeit Hier nur versucht Festzuhalten Wie ein Fallgeist Ist richtig schlimm Es tut mir leid bro Okay Okay Jetzt ist bisschen schwieriger Okay da ist er Da ist er So was machen wir jetzt? Ähm Okay Mit den Fähigkeiten hier muss ich mich doch ein wenig anfreunden Und mein Der ganze Bildschirm ist gefühlt voll Yo wie ich mein Teammate Einfach abknall Stirb 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 Also manchmal hab ich das Gefühl Ich tu hier mein Äh Teammate Abknallen Oh Gott Also es ist echt hier ein bisschen Unübersichtlich Ich weiß manchmal echt nicht Was ich hier benutzen kann Wie was funktioniert Weil es hier gibt Nicht Keine richtige Einführung Und Der Modus wird auch gar nicht Richtig erquert Hä? Vor allem hier Jetzt weiß ich überhaupt nicht was ich gemacht habe Ich hab jetzt eher gedrückt und dann hatte ich irgendwas um mich Hat aber überhaupt nichts gebracht Hallo Mein Name ist Buddy Aber du kannst mich Anni Wahrscheinlich Aber wir bekommen die noch Also wenn ich jetzt zweites Match ins Finale komme Das wäre natürlich super Auch wenn wir gerade mit einem Punkt nach hinten liegen Okay Ich glaub ich mach ein bisschen mehr Schaden Hab ich das Gefühl Jo stirb doch mal Hallo kannst du bitte sterben Wie viele Leben hat man in diesem Modus Eine Million Bitte Wo bist du? Dankeschön Nein Oh nein Nein Hau ab Hau einfach ab Okay Nein Junge hör auf Äh Ich werd die ganze Zeit hier In den Sturm geportet Hab ich mich grad selber umgebracht Oder sind wir grad einfach nur los Wir stehen hier zu viert auf einem Haufen Und man hat einfach keine Übersicht Weil diese Effekte überall sind Ja komm Hier kriegst du auch noch meinen Ball Nur dass du gestorben bist Ne Ziemlich blöd So Dann nehmen wir uns hier noch die Münze mit Nein Wir haben jetzt wegen einem Punkt verkackt Oder was Du bist raus Okay Wenn euch das Video gefallen hat Lass deine positive Bewertung da Takt gerne den Creator Code der Teddybär ein Und dann sehen wir uns am Freitag um 15 Uhr wieder Haut rein Und ciao Leute Und dann sehen wir uns am Freitag um 15 Uhr wieder